Musik Unsere gemeinsame Vision ist es, das herzlichste Luxushotel und das persönlichste Fünf-Sterne-Stadt-Hotel Deutschlands zu werden. Wir träumen einen Traum, nämlich einen Ort zu schaffen, an dem Menschen glückliche Momente haben. Das beginnt bei den Mitarbeitenden, die bei uns an erster Stelle stehen, noch vor dem Gast und weit vor dem Unternehmen. Es berührt uns, wie jeder und jede in unserem Familienunternehmen sich täglich mit großer Hingabe und echter Herzlichkeit in den Dienst dieses gemeinsamen Traums stellt und mit Leidenschaft daran mitwirkt, diesen Wirklichkeit werden zu lassen. Unsere Kolleginnen und Kollegen sind das Beste, was wir haben. Es ist unser Ziel und unsere Verantwortung, Rahmenbedingungen zu schaffen, in denen es ihnen wirklich gut geht. Musik Rahmenbedingungen, in denen sie wachsen, ihr ganzes Potenzial leben sowie ihrem Tun Sinn verleihen können. Musik Vertrauen prägt unser Miteinander. Und es ist für uns das Schönste, wenn wir es schaffen, dass unsere Teammitglieder nicht nur in uns, sondern in sich selbst vertrauen. Musik Wir lieben, was wir tun, ist unser Credo. Und wir machen das, was wir tun, mit viel Liebe und mit großer Freude und Humor. Musik Das ist spürbar, wenn man das Hotel betritt, wenn man bei uns arbeitet, isst, trinkt, tagt und feiert. Musik Aber auch, wenn man in schwierigen Zeiten in einem beseelten Haus getragen sein will. Musik Wir sind großzügig in allen Belangen und im besten Sinne verschwenderisch mit Zugewandtheit und Herzlichkeit. Musik Unsere Werte sind unsere Kraftquellen. Sie geben uns Sicherheit und Orientierung, auch und gerade in unsicheren Zeiten. Musik Wir glauben an Vertrauen statt Kontrolle, an Kooperation statt Wettbewerb, an Geben statt Nehmen und an das Wir und nicht an das Ich. Musik Wir wollen gemeinsam eine empathische, werteorientierte und enkelfähige Haltung leben. Wie schon seit Generationen. Musik Wir sind der Europäische Hof Heidelberg, seit über 150 Jahren. Musik 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 Musik